Heute zeige ich euch die besten Männerparfums im Nischenbereich 2024. Das heißt, ich zeige euch heute meine Parfumsammlungen aus Düften, wo ich sage, die sind wirklich jeden Cent wert, die sind testenswert und die muss man einfach gerochen haben, wenn man ein Mann ist und man auf Nischendüfte steht. Und wir fangen direkt mal an hier an dieser Stelle mit einem der absoluten Topseller aktuell und das ist natürlich der Ganymede von Marc-Antoine Barroir. Ist eigentlich ein Nischenduft für Unisex, also eigentlich für Männer und Frauen geeignet, aber dieser Duft hier hat einfach so eine wunderschöne, helle, ledrige, würzige und frische DNA, dass der Duft meiner Ansicht nach für einen Mann echt perfekt geeignet ist. Egal, ob du in einem Bürojob bist, klar, bei manchen Jobs, wenn du jetzt als Steuerberater arbeitest, würde ich das Ding vielleicht nicht empfehlen, aber in vielen Bürojobs im kreativen Bereich funktioniert der wirklich sehr, sehr gut. Wenn du draußen unterwegs bist, viel, ist es aber eigentlich noch viel besser, denn das Teil hält wirklich ewig und hat einfach diese superschöne, würzige, unbeschreibliche, ledrige DNA und von der Preis-Leistung her wirklich geisteskrank, also unter 200 Euro für 100 ml zu bezahlen, ist heutzutage eigentlich schon eine absolute Seltenheit. Und dafür so ein Weltklasse-Parfum zu bekommen, finde ich persönlich absolut Wahnsinn. Dann aus demselben Haus darf man natürlich auch nennen den Thilia. Das ist jetzt etwas, was vielleicht ein bisschen so in eine feminine Richtung geht. Wenn man jetzt aber ein super gestandener Mann ist, dann finde ich, taugt das Ding tatsächlich auch. Also ich habe letztens ganz liebe Grüße an der Stelle hier in München jemanden beraten, dem ich das Ding dann tatsächlich auch empfohlen habe und der hat sich das dann danach geholt. Ist eine absolute Maschine vom Körper her, also ich quasi mal drei in der Breite. Und er hat das Ding gekauft und fand es wirklich sehr, sehr geil. Und ich finde, dass es ihm auch wirklich sehr, sehr gut gestanden hat. Von daher Thilia an der Stelle ein wirklich sehr, sehr schöner Lindenblütenduft. Thilia heißt ja Lindenblüte, also hat so ein bisschen was Blumigeres, aber auch einen sehr frischen Charakter. Auch wieder eine extreme Haltbarkeit für die Art von Frische. Sehr, sehr toller Duft. Und sowas deshalb, ja, finde ich im Jahr 2024 absoluter Standard und eine richtig, richtig gute Empfehlung. Dann auf dieser Liste dürfen natürlich zwei Düfte nicht fehlen, die gerade bei Serge auf Absolut im Hype sind. Und da habe ich auf der einen Seite einen sehr, sehr frischen Duft für den Sommer für euch. Und das ist der Torino 21, der seit seinem Erscheinen wirklich der durchschlagende Erfolg war für Serge. Also klar, wir haben natürlich Naxos und so Geschichten auch immer schon gehabt, die wirklich sehr geil waren. Aber Torino 21 hat für so einen frischen Duft absolut eingeschlagen. Und deshalb würde ich den auf jeden Fall empfehlen, weil es einfach immer noch ein super, super moderner, sehr frischer Duft ist. Der einfach diese extreme, minzige Frisch hat. Also es ist ein Minzduft, der aber auch noch so ein bisschen zitrische Noten hat. Und vor allen Dingen durch diese Minze, also kennt es so vom Kaugummi vielleicht, einfach diese extreme, kühlende Note hat. Und sowas ist natürlich für den Hochsommer mega, mega gut. Vor allen Dingen, weil der auch eine sehr gute Haltbarkeit hat. Und der zweite Duft von Serge auf, den ich auf diese Liste gepackt habe, den ich jetzt aber leider nicht in meiner Sammlung habe, ist der Fortinots. Weil das einfach gerade von dieser Honig-salzige, Meersalz-Geschichte einfach ein absolut durchschlagender Duft ist. Also irgendwie tragen alle gefühlt Fortinots. Es ist sehr, sehr krass. Preislich geht der auch wirklich klar für den Serge auf Duft und ist einer der kreativeren Düfte von Serge auf, aber in einem Bereich, den man sich auch leisten kann. Und deshalb finde ich für einen Mann einfach eine sehr, sehr tolle Wahl. Und wenn ihr im Nischenbereich unterwegs seid, werdet ihr daran eben auch sehr, sehr viel Spaß haben. Dann darf ich als nächstes hier zeigen. Ich habe mir wieder mal einen neuen Flakon gekauft von Ombre Nomade. Weil ich mir ehrlich gesagt gedacht habe, ich möchte diesem ganzen Maison Crivelli, Oud Maracuja-Hype mal so ein bisschen entgegentreten. Habe mir dann nochmal einen Ombre Nomade gekauft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Duft hat für mich wirklich nichts an Begeisterung verloren. Ganz im Gegenteil. Wenn heutzutage mehr Leute andere Düfte tragen, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind, finde ich, ist der wieder sehr, sehr einzigartig. Weil so einen OG Ombre Nomade tragen, das tun heutzutage, finde ich, im Nischenbereich nicht mehr besonders viele Leute. Natürlich muss man dazu sagen, der Duft ist preislich nicht ganz ohne. Also knapp unter 400 Euro für einen 100ml Flakon bezahlt ihr. Ihr könnt euch das Ding zwar wieder auffüllen lassen bei Louis Vuitton, wobei mir persönlich auch nicht wirklich klar ist, wie häufig das geht. Weil so ein Sprühkopf hat ja auch nur eine gewisse Lebensdauer. Und deshalb an dieser Stelle natürlich unter Vorbehalt. Wer ungefähr etwas mehr als die Hälfte investieren möchte, der ist mit einem Oud Maracuja auf jeden Fall auch gut bedient. Wobei man da natürlich auch sagen muss, in diesem Preisbereich, da jetzt mit echtem Oud irgendwie so zu arbeiten, ist halt einfach nicht drin. Und da muss man sagen, gibt es natürlich dann auch eine sehr tolle Alternative für deutlich weniger als die Hälfte von beiden Düften. Und das ist der Recent Man von Mystery Modern Mark. Mein Ombre Nomade 2.0. Ich habe das Teil jetzt schon locker tausendmal verkauft und es ist wirklich krass, weil der einfach eine sehr, sehr ähnliche Duft-DNA hat wie der Ombre Nomade. Ich würde sogar nicht sagen, dass der mehr von diesem Tabak hat. Also ich habe ja immer gesagt, der hat mehr so eine Tabaknote. Ich würde eigentlich sagen, dass er vielleicht ein bisschen fruchtiger und ein bisschen sanfter ist. Also fast schon so die beste Alternative zwischen Ombre Nomade als super rauchigem Duft und dem Oud Maracuja als eher fruchtigem und sanftem Duft. Und deshalb beide quasi miteinander vereint. Der gibt für mich so ein bisschen diesen hier. Der Hauptvorteil von dem Parfum ist aber, haltet euch fest, dass der weniger als die Hälfte kostet. Fast ein Drittel, glaube ich, von dem Oud Maracuja bzw. Ombre Nomade, weil dieser Duft hier bei 160 Euro liegt für 100ml. Nur zum Vergleich jetzt halt bei Ombre Nomade 380 für 100ml und bei Oud Maracuja 430 für 100ml. Also das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz krasser Unterschied. Fast ein Drittel von dem Oud Maracuja bezahlt man für diesen Duft, der einfach zu 95% so riecht. Von daher schaut ihn euch gerne an. Er ist nicht zu Unrecht der Topseller in meinem Shop und deshalb schaut gerne in die Beschreibung rein. Ihr bekommt natürlich auch einen richtig schönen Flakon mit einer Metallplakette und einer Metallkappe. Das sollte an dieser Stelle auch dazu gesagt sein. Aber um ehrlich zu sein, wenn ihr einen Ombre Nomade tragt, ich kann es euch natürlich auch nicht verübeln, außer dass ihr dafür wahrscheinlich viel zu viel Geld ausgegeben habt. Aber ihr seht, ich trage ihn selber auch wieder und muss sagen, dass es natürlich eine DNA ist, die mich wirklich nicht verloren hat. Dann habe ich als nächstes nochmal so ein paar Sachen von Otto Parisi mir bestellt. Ich werde euch in einem nächsten Video auch noch einen anderen Duft von Otto Parisi zeigen. Für dieses Video habe ich mich jetzt für den hier entschieden, den Terroni. Ich besitze jetzt fast jeden Flakon von der Marke und ich muss ehrlich sagen, das ist einfach der absolute Komplimente-Magnet, wenn ihr die DNA leiden könnt. Das muss ich als Einschränkung sagen. Dieser Duft hier ist wahrscheinlich der polarisierendste. Auf dieser Liste ist aber ein Duft, auf den ich so oft angesprochen wurde, wie sonst nur für mein eigenes Parfum Ute 31. Also das ist wirklich der Komplimente-Guetta schlechthin für mich persönlich. Ich würde euch empfehlen, den zu testen, aber ihr solltet damit leben können, dass das Ding vielleicht so ein bisschen am Zerstäuber, würde ich sagen, so leichte Aschenbecher-Vibes hat. Also es hat eine sehr, sehr einprägsame, rauchige Note, aber auch auf der anderen Seite irgendwie so was von Karamell. Also könnt ihr euch das vielleicht vorstellen wie so eine verbrannte Karamell-Geschichte. Also wenn man Karamell selber herstellt, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gemacht. Da muss man sehr vorsichtig sein, dass das Ding nicht verbrennt. Ist mir persönlich schon passiert, dann raucht alles und stinkt. Und das ist ungefähr so ein bisschen der Vibe, der hier rüberkommt. Denn ihr habt ja auf der einen Seite diese rauchigen Noten, auf der anderen Seite aber auch irgendwas Süßes, Karamelliges und dann irgendwie auch noch so ein bisschen so einen ledrigen Touch. Und ich finde den Duft einfach phänomenal gut. Der wird besser, je mehr man ihn riecht. Und vor allen Dingen ist er einfach ein Komplimente-Biest. Und an einem Mann, sage ich euch ganz ehrlich, betont er einfach diese dunkle Seite. Also ich war ja auch nicht immer im Fitnessstudio unterwegs. Ich mache jetzt seit zwei Jahren Crossfit. Das sieht man inzwischen auch ein bisschen zum Glück, ja. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich war früher ein ziemlicher Lappen. Und da hat das Ding schon ein bisschen geholfen, dass man auch ein bisschen mehr Präsenz hatte, ja. Sage ich euch ganz ehrlich. Von daher, dieser Duft hier kann ich euch ganz ehrlich empfehlen. Terroni von Otto Parisi ist auch nicht besonders teuer. Ich glaube, 150 Euro zahlt man für den Flakon. Ist natürlich ein bisschen weniger als 100 ml, aber das Ding ist auf jeden Fall jeden Cent wert, kann ich euch sagen, an dieser Stelle. Dann kommen wir als nächstes noch zu so ein bisschen diesen herbstlicheren Düften oder winterlicheren Düften. Da habe ich natürlich auf der einen Seite hier den Sword Dancer von HFC. Für die Leute, die den ultimativen Luxuskick suchen, hier mit diesem super, super krass aufwendigen Flakon, ist einfach ein Duft. Der hat so ein bisschen alkoholische Whisky-Noten, aber auch irgendwie so eine leicht fruchtige Pflaume mit drin. Und der ist für mich einfach die beste Kombination aus diesen sehr sanften, cremigen, hellen Noten und auf der anderen Seite aus diesem super dunklen, alkoholischen, fast schon ledrigen Whisky-Touch. Und ich sage es euch ganz ehrlich, das ist der Top-Seller von der Marke. Absolut zu Recht, der Duft hat eine Bewertung von 8,5 auf Parfumo, glaube ich, mit wirklich sehr, sehr soliden Werten, was die Haltbarkeit und Sillage, also die Duftwolke angeht. Und ihr bekommt einfach für euer Geld eine luxuriöse Umverpackung, einen luxuriösen Flakon, eine luxuriöse DNA mit tollen Inhaltsstoffen. Und deshalb für mich persönlich diese Marke, ungelogen jeder, der diesen Duft probiert hat bis jetzt, aus meiner Community, fand den richtig geil. Und genauso sieht es natürlich bei dem Private-Code von HFC aus, wo mir auch wirklich Leute begeisterte E-Mails schreiben, wie geil dieser Duft ist. Das heißt, die Marke, wenn ihr im Nischenbereich seid und ihr möchtet wirklich nach vorne gehen und was tragen, was nicht jeder trägt, ihr möchtet irgendwas richtig Geiles für euer Geld haben, was aber noch kaum einer kennt, dann hier HFC. Kann ich euch ganz ehrlich empfehlen. Alle vier Düfte, die ich bis jetzt kenne, sind mega. Und der hier ist eben für den Herbst, finde ich, ein ganz, ganz besonderes Teil. Hat eben, wie gesagt, diese fruchtigen Noten von, ja, so ein bisschen einem flaumigen Thema und dann eben aber auch ledrige alkoholische Noten. Sehr, sehr cool. Für alle Fans von Vintage-Diften oder von diesem typischen Oldschool-Barbershop-Vibe, habe ich dann hier als nächstes diesen von Miguel Matos, den Berlin. Das ist für mich persönlich eine Alternative zu einem Diagilev zum Beispiel von Roger Parfums. Und ihr müsst euch einfach überlegen, Diagilev liegt bei 1200 Euro, 1300 Euro für 100 Milliliter. Hier holt man sich einen 50ml Flacon für, ich glaube, 200, 250 Euro. Das ist schon mal deutlich günstiger. Und man muss dazu sagen, Miguel Matos ist einfach der Meister von diesen Oldschool angehauchten Düften. Also wer Lust hat auf einen richtig geilen Lederduft, auf einen richtig geilen Chypre- oder Barbershop-Duft, für die Leute, die sich ein bisschen auskennen, ist Miguel einfach der beste Mann. Also es ist ein Parfümeur aus Brasilien, der einfach ein sehr, sehr gutes Händchen für diese Art Düfte hat. Seine Öle von Carbonell bezieht, also von dem, der dieselben Öle wie Alexandria 2, Abapura und so hat. Und das, Leute, riecht ihr auch einfach in den Düften raus. Also man kann über die Qualität von diesen Ölen nicht diskutieren. Das ist mit Abstand das Beste, was man im Nischenbereich bekommen kann. Und deshalb habt ihr hier eben einen Duft, der quasi so eine Diagilev-DNA hat, aber mit Kümmel und wärmenden Noten. Das heißt, du hast noch so eine warme Gewürzkomponente mit drin, die dieses Parfum besonders macht. Ansonsten aber dieses typische Ledrig-Moschus-Thema von Diagilev und dieser luxuriöse Russen-Vibe, sage ich jetzt mal. Ob man so riechen will oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt in der heutigen Zeit. Aber es ist auf jeden Fall ein Parfum, was wirklich einen Eindruck hinterlässt und was sehr, sehr maskulin ist, meiner Ansicht nach. Deshalb der Berlin heißt er von Miguel Matos. Wirklich ein sehr tolles Teil. Kann ich nur empfehlen zu testen. Das ist eine nischige Marke, die kaum einer kennt und deshalb an dieser Stelle der freundliche Hinweis. Dann, wenn wir in diesem Barbershop-Thema bleiben wollen, mein persönlicher Lieblings-Barbershop-Duft für teilweise 68 Euro pro Flacon. Haltet euch fest. Und eine Haltbarkeit von 12 bis 14 Stunden ist einfach der New York Intense von Parfum de Nicolai. Das ist ein Duft, der hat einen richtigen Barbershop-Vibe. Der hat aber auch Petit Gras mit drin und hat so ein bisschen noch einen Moschus-Touch. Der riecht für mich einfach wie eine luxuriöse Rasierseife. Ich habe es gerade eben gesagt, Flacon 68 Euro. Das ist eine der Marken mit dem fairesten Preis-Leistungs-Verhältnis aller Zeiten. Denn ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr normalerweise einen 50ml Flacon kauft, ist der deutlich teurer auf einen Milliliter als beim 100ml Flacon. Bei Sergev ist das zum Beispiel so, ich glaube, Alexandria 2 kostet in 50ml 395 Euro und in 100ml liegt es irgendwo bei 700 oder 600 Euro. Und wenn ihr das mal vergleicht, zahlt ihr für den Milliliter bei der kleinen Größe viel, viel mehr. Und bei Nicolai ist das anders, denn hier liegt die 100ml bei, ich glaube, 210 Euro und die kleine Größe bei 68 oder ich glaube 72. Also ziemlich genau ein Drittel für ein Drittel von der Menge. Ihr bekommt nämlich 30ml und könnt die Marke so einfach super bequem testen. Also es ist wirklich sehr entspannt. Man holt sich die kleine Größe, probiert die aus, dann gefällt sie einem. Und dann kann man sich einfach danach die große Größe holen, wenn das Ding leer ist. Oder ihr startet direkt mit der großen Größe, denn 200 Euro ist auch heutzutage einfach ein sehr, sehr guter Preis in der Nische. Wo alles teurer wird, die meisten Marken über 250 liegen, ist das hier wirklich ein sehr guter Deal. Vor allen Dingen für die Haltbarkeit von 12 bis 14 Stunden ist es wirklich, wirklich toll. Und deshalb bekommt ihr hier ein sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhältlich bei mir im Shop, die Versanddauer hat sich dramatisch verbessert in den letzten Wochen. Und deshalb schaut gerne in die Beschreibung rein, wenn ihr Lust habt, diesen Duft hier zu testen mit Gratis-Samples und so weiter und so fort. Ich werde euch das alles einfach in die Beschreibung reinpacken und werde auch dafür sorgen, dass ihr eure Ware schnellstmöglich bekommt. Bei den meisten Leuten tatsächlich innerhalb von 24 Stunden, nachdem sie die Bestellung abgegeben haben. Also heute bestellen, morgen ist sie bei den meisten schon da. Deshalb schaut gerne in die Beschreibung rein für den Link zu meinem Shop. Dann der vorletzte. Auf dieser Liste ist ein bisschen mehr für die Leute, die vielleicht so Ter-Dermes zum Beispiel mögen. Also wenn ihr wisst, ihr steht auf diese holzigen Lüfte mit einem leicht orangigen, fruchtigen Thema, dann ist dieser hier eine tolle Alternative für euch. Das ist nämlich der Ossidon Diplomatik für mich persönlich der Duft, den jedermann braucht, wenn es um eine professionelle Situation geht. Also du bist in einem Vorstellungsgespräch, du hast dieses wichtige Gespräch auf der Arbeit oder du möchtest einfach im Büro glänzen mit einem Duft, der professionell wirkt, elegant, aber auch eine gewisse Wärme und Menschlichkeit vermittelt. Dann ist der Ossidon Diplomatik für mich die beste Wahl. Warum? Weil der auf der einen Seite einfach einen sehr schönen, wärmenden Vetiver hat. Das ist ein Duftgras, was aus dem südostasiatischen Raum kommt und was einen wärmenden Charakter hat. Und das ist übrigens der Hauptinhaltsstoff bei Ter-Dermes. Also wenn ihr euch an diese holzige DNA erinnert von Ter, ist das genau der Vetiver. Und das eben gepaart mit einem sehr kühl wirkenden, ledrigen Patchouli. Auch wieder einer der klassischen maskulinen Inhaltsstoffe. Das ist einfach die Kombination, die hier die Magie hervorbringt. Du hast auf der einen Seite den autoritären, kühlen Patchouli. Du hast auf der anderen Seite diesen wärmenden, leckeren Vetiver. Und das beides in Kombination ergibt einfach die professionelle DNA, die einfach ist wie ein weißes Hemd. Also wenn du einen geilen Büroduft suchst, kann ich dir empfehlen mit einer tollen Haltbarkeit hier der Ossidon Diplomatik von Jovoix. Massiver Glasflakon, schwere Metallkappe, toller Zerstäuber aus französischem Haus. Und das Ganze eben, ja, für mich persönlich einfach der professionellste Duft. Und weil wir jetzt ja gerade wieder noch so warme Temperaturen haben, habe ich zu guter Letzt noch eine wirkliche Top-Erfrischung für dich. Wenn du zum Beispiel auf den Malibu Party in the Bay stehst von Simone Andreoli. Und du kannst dir vorstellen, diese frische Limette von einem Mojito auf deiner Haut zu tragen. Dann gepaart mit einem Meersalz-Akkord, der nochmal ein extra Plus an Frische gibt. Und eine Haltbarkeit von, halt dich fest, 10 Stunden. Bei einem frischen Duft mit Citrusnoten wirklich eine extreme Seltenheit, sage ich dir ganz ehrlich. Dann schau dir gerne mal den Bergamundi an von Pharmacia. Und du musst jetzt mal gucken. Ich habe den Flakon dieses Jahr nicht ganz voll ausgepackt, sage ich dir ganz ehrlich. Aber schau mal, wie viel davon schon weggegangen ist, weil ich das Ding wirklich jetzt die heißen Tage einfach getragen habe. Weil der nämlich diese kühle, frische, säuerliche Limettenschale gibt, die einfach runterkühlt bis zum geht nicht mehr. Gepaart mit einem Meersalz-Akkord. Und ich sage immer hier, das riecht wie ein Limoncello zum Aufsprühen. Also du musst dir vorstellen, du sitzt in Italien, hast gerade richtig geil gegessen. Dann kommt der Limoncello, du ballerst dir den rein und genießt einfach dein Leben in dieser Sommerhitze. Und dieses Zitrische von dem Limoncello kann teilweise auch sehr sauer werden. Das kühlt dich einfach runter. Oder es gibt ja nochmal so diesen Frische-Kick. Und diesen Frische-Kick frühmorgens, das ist für mich der Bergamundi. Und das Geile ist, es gibt auch noch ein passendes Duschgel dazu. Das heißt, du kannst dir wirklich die komplette Experience gönnen. Unter der Dusche schon richtig schön einseifen. Die Frische kommt in deine Nase und dann danach das Teil auf die Haut. Kann ich dir ganz ehrlich sagen, bei über 25 Grad ist das ein Segen. Also wer Malibu noch trägt mit diesem Kokos-Akkord, ich weiß, der ist lecker. Und ich habe auch gesagt, das ist der Sommerduft des Jahres. Aber als ich den beworben habe, war es schon so, ihr könnt gerne die alten Videos nachschauen, dass ich gesagt habe, die Kokos-Komponente ist bei ultra heißen Tagen einfach ein bisschen schwierig. Und da habe ich immer den Sesti Sorrento empfohlen, der aber auch nicht wirklich diese säuerliche Limetten-Note hat, die ich beim Malibu einfach so todes gefeiert habe. Und wenn es euch ähnlich geht, dann den hier gerne mal anschauen. Finde ich auch für einen Preis von 168 Euro. Das ist auch so ungefähr in der Malibu Liga. Und deshalb schaut euch den gerne mal an. Link dazu auch in der Beschreibung drin. Ganz fantastischer Herrenduft. Das war es aber jetzt erstmal mit meiner Liste zu den Top 10. Oh, das sind glaube ich ein bisschen mehr Männerparfums für das Jahr 2024. Meiner Ansicht nach wirklich die Crème de la Crème der Männerdüfte. Und ja, ich bin natürlich ganz gespannt, welche Empfehlungen ihr für mich noch habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt und ja, ansonsten Daumen nach oben dalassen wäre natürlich auch nice. Freue ich mich sehr darüber und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Kai.